Was ist mit Klang versehen? An diesen Ringen. Einer ist mit Klang versehen und einer nicht. Wir testen, welche bevorzugt werden. Man sieht, dass derjenige, der Kind, viel interessanter ist. Auf jeden Fall haben wir schon beobachtet, dass sie eigentlich bevorzugen, auf diesem Platz zu sitzen. Und nur ganz selten rüberklettern und wieder zurück. Normalerweise macht das Pini sehr gern, aber es kann natürlich sein, dass sie abgelenkt ist. Super, bravo! Blir rüberklettern oder berklettern, mit schwecken und schwecken, mit schwecken. Blir rüberklettern. Blir rüberklettern. Blir rüberklettern und fenocht. Blir rüberklettern es www.sub.de